Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage. Doch, für heute ist wirklich Schluss. Hallo zusammen, schön, dass ihr den Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freu mich. Papa und ich sind wieder zurück vom Europa-Park mit einem neuen Video für euch. Also, schaut's euch an, viel Spaß dabei, tschüss. Hallo zusammen, schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Au, was ist da los? Im Moment passiert nicht sehr viel im Park. Und wenn ich die Mitarbeiter-Parkplätze ansehe, die sind so gut wie leer. Schauen wir mal, was hier los ist. Ein Arbeitswagen mit Bühne. Jetzt gucken wir mal hier hinterm Zaun hoch und hinter der Hecke. Okay, alles klar, schau mal da, was macht er denn da? Ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal zu. Okay. Das ist immer schon so eine heikle Sache, mit so einer Bühne hier durch die Gegend zu fahren. Ich finde das mega schön. Ich würde es nicht machen. Da fahre ich lieber den Rollercoaster. So, okay. Ah, okay. Oh, was ist da los? Was ist da los? Oh, die Feuerwehr. Da schauen wir mal, was da los ist. Ich nehme euch mit, wenn ihr Lust habt. Kommt mit. Die Feuerwehr kommt mir entgegen. Okay. Schauen wir mal weiter. Da steht noch ein Feuerwehrwagen. Und die Straße ist nass, sehe ich gerade. Okay. Da, dann fahren wir mal weiter. Ah, schau mal da. Sag mal, was ist hier heute los? Ein Feuerwehrwagen nach dem nächsten. Naja, es wird sein Grund haben. So. Wenn ihr Lust habt, nehme ich euch noch mit. Ich habe eine kleine Aufnahme gemacht von... Oh, die Fahrradfahrer fahnt schon an mir vorbei. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Da links seht ihr? Links. Da stehen 5, 6, 7 Feuerwehrleute. Okay. So, jetzt nehme ich euch noch kurz mit, wenn ihr Lust habt. Die letzten Bilder, die aktuellsten Bilder von Rolantica. Vom Maskottchen. Aber ich sage euch gleich, Wasser ist noch nicht drin. Und ich sage, danke fürs Anschauen. Ja, ich freue mich jedes Mal. Schaut mal rüber. Ach, ist das nicht ein schönes Bild. Ja, Wasser läuft noch nicht. Verständlich. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Bleibt bitte gesund. Und passt auf euch auf. Martin. Unsinn. Du bist doch nicht.